hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier bei leater 2 ja schon alles schön sonntag ich versuche das meinen körper wieder zu gewinnen mit der guten rüstung der ja auch nicht richtig klar also treppe ist blöd muss er versuchen meine rüstung zu bekommen und meine guten sachen halt ich habe mir ein bisschen dürfte hier ausgerüstet ich habe ja auch kein geld das war ein schlag die feuer nicht so tierisch sein neue werte also ja leben energie erhöhen ist meistens geil zu blöden und neue werte neue fertigkeit also im prinzip betäuben oder hier angriffswert hier oben kann man es erkennen so wir haben noch ein halser das war meine ich kann nicht noch mehr tragen so er kann auch nicht mehr tragen er ist voll der hat sich nicht so gut ok da muss ich mir zurück zum gepäck austauschen also mein ja mein notgepäck muss man wieder zurück das heißt die rüstung die rüstung der kann behalten meine helden obwohl der gar nicht so verkehrt war Den Gürtel, die Ringe gar nicht mal, Schild, Handschuh hat nicht gefunden, die Handschuhe sind noch da. 18, 30 ist klar, den nehmen wir hier rein, vielleicht können wir brauchen. Ja, ich muss mein Gepäck finden. Ganz einfach erklärt, eine grüne Axt, das muss man näher angucken. Und zwar, wenn ich Glück habe, passt das zum anderen grünen Handschuh, mal gucken. Ne, das ist was anderes. Ob ich dann das Glück habe, was zu finden, unwahrscheinlich nicht. Ja, erkunden wir die Gegend hier, viel mehr, wenn wir nicht machen können. Aber, ne, gut. Ich muss halt immer die Jungs klein halten, nicht so viel auf einmal finden. 1, 2, 3, rückzug! Das ist ja das Problem, wenn man zu viele hat, das ist am meisten schwierig. Lass mal Ellie jetzt mal zurück. Weil sie mir zu oft gehen bleibt. Alter, ne, gut. Ja, ich wünsch noch mal zum Sonntag. Moment, das muss ja der erste Band sein. Auch den natürlich. Aber da ist die Gefahr, dass wir nicht aufeinander sind. Aber das wird schon der erste Band sein. Also, da haben wir aber keinen. Langpunkt auch nicht. Grubenfürst. Nur vier Grubenfürsten hier. Nur vier Grubenfürst. Nur vier Grubenfürst. Nur vier Grubenfürst. 3, 3 ist bei mir ein Tass in meiner Tastatur. Ich brauche Heilserfte, das ist auch nichts. Aber 2 kommen wir nicht weiter. Hat der die andere Tügel gehört? Ja. Wow. Jetzt sind wir hier rein. Naja gut. Wie war so. Ansonsten, das können wir einlegen. Man weiß ja nie, ne? Okay. Aber Haltrinke wollen wir auf jeden Fall kaufen. Da haben wir keine Mana. Das brauchen wir nicht mehr, da haben wir genug. Aber Haltrinke. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Leben zu lenken. Da kann man ein bisschen Geld ein, ne? Könnt ihr auch ein bisschen Gold auf meine Truhe einzahlen. Und dann haben wir das Problem nicht. Denn das Gold ist ja... ...vergeteilt. Ja, ja, das ist... Ich sag mal nicht, ich bin alleine. Von daher ist es egal, ob ich Endlage... Ich sag mal so... Zu zweit, bis dritt. Jemand braucht irgendwie Gold. Das ist kein Thema. Und das teilt man natürlich auch, ne? Aber zusammenspielend ist es ja der andere. Das ist ja eh... ne Frage, dass... Kooperationen und... ...kürzeln oder so. Bürger! Bürger! Unschild. Jemand wird zurückziehen, er hat irgendwas. Zu viel um einmal am besten. Bisschen, äh... Und schlecht. In zwei, drei oder vier kämpfen müssen. Nicht gegen, äh... Tausend, ne? Gefühlt tausend. Ist ja auch fies von denen. nur stark... inn's... �hse, aus dem Käse. Oh, ne. Ach du. Sofiehle. 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 Ich bin überladen. Vielleicht weiß ich was Ergebnis ist. Gleich werden wir eine Woche Freier. vor meiner Erkennung liegt eine karriere Grund sein soll. Aber man weiß ja nie. Ich fühle Ich fühle mich an, ich fühle mich an Ich fühle mich an, ich fühle mich an So, schnell ein paar Sachen verkaufen. Seid gegrüßt. Reparieren. Ich habe schon eingezahlt. Ich habe ja Geld eingezahlt, meine Truhe. Da muss ich erst abheben, von der Bank. Das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Nein, nein, zum Glück. Da hat er ein bisschen potenter zu, ne? Oh, ich lag hier vom Edelstein. Der wäre jetzt ein Problem, ne? Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Ich sag immer mal gucken, wir sind zurücklaufen. So. dann müsste ich den Seelenstein jetzt mal gleich hoch dann bin ich jetzt bei mir für mich äußerst blöd wenn wir gestorben werden obwohl es normalerweise man das Spiel speichert und lädt ist man ja zwar tot aber man ist ja nicht die leiche entscheidet man den Spiel an an dem Punkt wo man Punkt 7 macht sonst auch ein bisschen weiter daher deine Sehne wird dem Hellenfeuer Nahrung sein ja ja erstmal zurückziehen ich muss den Mana auffrischen ich muss sofort und man keine Kraft haben du nur Leine mein schien doch nicht mehr sind einer zauber gehören der herr ich kann nicht noch mehr tragen so einen schlechten edelstein hier zu finden ist eh ein witz also ich muss mal kurz zurück das ist alles nix den gehörten helmen will ich auch noch mal sehen mal kurz hinten reinpacken das mache ich später den brauchen wir eigentlich nicht aber wie gesagt den können wir gleich infizieren die hätte wir schon, bloß hier, alles gut den nehmen wir auch raus den packen wir hier rüber und hier ohne halt die gehörte herr, mal gucken, was er schön hat den können wir ja nicht hier brauchen, aber wie gesagt, kann man weglegen haben wir das? vielleicht brauchen wir den auch was wollte ich machen? ach so, infizieren 39 na ja, 39 ah, hat bessere Verteidigung, ne? ja, mal die Spiele suchen, ne? das muss man abschließen können ich brauche die Karte aber ich muss mal sehen, ob wir hier überprüfen ausschalten, ne? so eine, aber wir werden zwar nicht weg, aber wir können es doch nicht und abliegen nur, äh, 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 ein Abstoß darf jetzt nicht gehen, ne? so eine, die ist doch nicht weg, ne? so eine, die ist doch nicht weg so eine, die ist doch nicht weg, ne? tschüss ich kann nicht da gibt es noch eine möglichkeit die wir wahrscheinlich da reinlegen mit haus captain disney so eine show oder soll es gewesen sein vielen Dank, dass wir uns anschauen tschüss, tschau tschau nächstes Mal machen wir hier weiter tschüss ne, speichern verlassen da ist er nochmal bis zum nächsten Mal mit Glück und Lust und Laune sind ich wieder da tschüss ah hier geht es endlich das ist eine die 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 die